Raketeneinschlag auf Golanhöhen löst Sorge vor Eskalation aus Der Raketeneinschlag auf den Golanhöhen hat die Spannungen in der Region weiter verschärft und die Sorge vor einer weiteren Eskalation wachsen lassen. Israel hat bereits mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht und Premier Netanyahu ist vorzeitig aus den USA zurückgekehrt, um die Situation zu überwachen. UN-Vertreter warnen vor einem möglichen Flächenbrand und rufen alle beteiligten Seiten zur Zurückhaltung auf. Es ist wichtig, dass alle Parteien besonnen handeln und eine weitere Eskalation verhindern. Die Situation in der Region ist bereits sehr instabil und ein weiterer Konflikt könnte verheerende Folgen haben. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird und ob es zu weiteren Gewaltakten kommt. Es ist zu hoffen, dass alle beteiligten Parteien das Gespräch suchen und eine friedliche Lösung für den Konflikt finden können. UN-Vertreter